Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren News Video und zwar heute mit BP, einer Malware, die hier in diesem Artikel wunderbar analysiert wurde. BP infiziert aktuell gerade chinesische Systeme und zwar nicht gerade zu knapp, um genau zu sein sogar chinesische Großunternehmen. Und das geschieht, indem eine E-Mail reinkommt und natürlich wird diese E-Mail geöffnet und dann wird der Virus bzw. der Wurm eigentlich ausgeführt auf diesem System und verbreitet sich von dort via SMB, MS SQL oder anderen Windows Schwachstellen, sprich im Endeffekt Eternal Blue hauptsächlich wird verwendet, verbreitet er sich weiter. Das ist ziemlich interessant, der Virus wurde zuerst gesichtet oder zuerst, naja, wahrgenommen am 1. April, aber man weiß nicht genau, wie lange das Ding eigentlich schon im Umlauf ist, weil es ist ein Krypto-Miner, das heißt, der meint, wenn er auf eurem System ist, ganz gerne mal Kryptowährung, in dem Fall Monero. So, und ja, ihr wisst, das macht den PC ein bisschen langsam und die Angreifer werden natürlich reich ohne Ende. Genau, so, was genau passiert dabei, das ist jetzt hier tatsächlich alles hier gewesen, also alles aufgeschrieben worden und das ist sehr, sehr cool. Leider habe ich die Datei, oder kann man die Datei nicht runterladen, das wäre sehr interessant gewesen, wenn ich da wirklich den Source-Code habe. Wenn ihr den Source-Code findet, dann schickt ihn mir bitte, aber führt ihn auf keinen Fall selber aus, das Ding ist natürlich dann böse, ne, also vorsichtig sein. Geschrieben ist das ganze Teilchen in Python, das heißt, wir sehen hier, es werden einige Python-Bibliotheken, im Endeffekt funktionieren die wie DLL-Files auf Windows, also das einzige infizierte System ist Windows und ja, funktionieren im Endeffekt wie DLL-Files, nur dass sie eben für Python ist, das heißt, wir sehen hier, was alles verwendet wird. Es wird irgendwo im Hintergrund ARC4 benutzt, DS, DS3, MD4, warum auch immer, Shade256 und ein paar andere Sachen und dann wird hier unten auch Python 2.7 mit installiert als DLL, auf die dann zugegriffen wird. Anschließend wird, wenn das alles installiert ist sozusagen, wird ein Buchstabe an den SVC-Host, das ist quasi der Networking-Dienst von Windows sozusagen, rangehängt und anschließend dieser Random-Buchstabe wird hier in dieses Windows-Verzeichnis reingeschrieben als .exe-Datei. Das heißt, es ist im Endeffekt eine neue Datei entstanden, die einfach genauso heißt wie das eine Ding, das man in SVC-Host angehängt hat. Anschließend wird hier ein Sternchen in die DO-Admin-Datei rangehängt im Endeffekt, wobei das auch im Temp-Verzeichnis liegt und sozusagen ein Alle da reinschreibt, also Sternchen steht im Normalfall für Alle. Und anschließend sehen wir hier auch tatsächlich, dass derjenige, der diese Malware analysiert hat, rausgefunden hat, wer eigentlich hinter dem Angriff steckt. Also, was heißt, wer hinter dem Angriff steckt, aber er hat auf jeden Fall die IPs rausgefunden, das heißt, er überprüft die IP des betroffenen Servers zunächst einmal über diese zwei Dienste hier, damit man irgendwie nichts machen kann, haben sie diese URLs genau entfernt. Und anschließend verbindet er sich tatsächlich über das Netzwerk mit dem Command & Control Server von vermutlich den Angreifern. Das ist ziemlich interessant, das heißt, wir sehen hier im Endeffekt die URL und da sehen wir auch, okay, das, was aufgerufen wird, ist ein Bild. Also eigentlich erstmal nichts Bösartiges, aber ja, das sind drei verschiedene Server und alle drei sind irgendwelche komischen Zeichenketten, die man jetzt so nicht zuordnen kann. Wie gesagt, hier der Mittelteil wurde entfernt, damit man irgendwie nicht selber drauf kann und weiter analysieren kann. Sehr, sehr schade. Und dann werden eben Host-Namen, MAC-Adresse und das Betriebssystem bzw. die Version dort hingeschickt. Anschließend wird Mimikatz ausgeführt. Ich habe euch hier mal ganz kurz das GitHub-Verzeichnis von Mimikatz aufgemacht, für die Leute, die es vielleicht interessiert. Es ist ein ziemlich interessantes Tool, das zum Beispiel eben auch Passwörter raushandelt, also quasi einfach verschicken kann, Hash-Werte verschicken kann, PIN-Codes, Kerberos-Tickets, alle interessanten Sachen, irgendwie Pass-The-Hash kann es durchführen, Pass-The-Ticket kann es durchführen, sogar Golden-Tickets, also im Sinne von Kerberos, wer das Video nicht gesehen hat, ist nicht so wichtig, aber auf jeden Fall ein sehr mächtiges Tool, was im Endeffekt auf die Windows-Sicherheit ordentlich, naja, einen Angriff durchführt eben. Also wird Mimikatz hier erstmal ausgeführt bzw. erstmal gespeichert und dann ausgeführt und anschließend wird hier alles übers Netzwerk eben weiter angegriffen. Das heißt, man versucht eben, hart gecodete Usernamen und Passwörter zu benutzen oder irgendwelche anderen Credentials, um sich bei anderen Rechnern im selben lokalen Netzwerk einzuloggen und dort den Wurm zu verbreiten und wie gesagt, eben die oberen Schwachstellen werden auch ausgenutzt. Und wenn das funktioniert hat, dann probiert es oder dann kopiert es sich eben auf den neuen Rechner und versucht selbstständig nochmal das Ganze zu wiederholen in einem regelmäßigen Abstand. Das heißt, wenn neue Systeme quasi in das lokale Netzwerk reinkommen, werden die auch nach einer Weile infiziert. So, als letztes wird noch ein weiterer Administrator auf dem Benutzer oder auf dem Account oder auf dem Computer erstellt, besser gesagt. Und zwar ziemlich interessant eigentlich, dass das hier der Username und das das Passwort ist. Das kann man auch relativ leicht überprüfen. Wie gesagt, auch diese Dateien hier kann man alle relativ leicht überprüfen. Und genau, das ist es dann auch tatsächlich. Und dann, ja, wenn ihr das habt, dann habt ihr natürlich ein Problem. Aber ich wollte es einfach mal vorstellen, weil ich dieses Write-Up wirklich, wirklich gelungen finde und auch sehr interessant finde, was da eigentlich alles dahinter steckt. Wie gesagt, mich wird der Code sehr interessieren. Nein, leider habe ich den nicht. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Wenn er irgendwann mal rauskommt, dann mache ich da vielleicht auch ein Video drüber. Falls ihr Bock habt oder falls ihr ihn gefunden habt, dürft ihr mir auch gerne schreiben. Dann analysiere ich. Oder mache ich mal vielleicht einfach ein Let's Read dazu. Das wäre doch auch mal wieder was. Alles klar, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.